Die Technische Universität Dortmund ist eine Technische Universität in Dortmund. Neben der RWTH Aachen ist sie die zweite Technische Universität in Nordrhein-Westfalen. Sie hat seit ihrer Gründung im Jahr 1968 ein besonderes Profil gewonnen. Speziell zugeschnittene Fakultäten in den Ingenieur- und Naturwissenschaften sowie in den Gesellschafts- und Kulturwissenschaften arbeiten hier. Zusammen, an der TU Dortmund studieren rund 33.550 Studierende in rund 80 Bachelor- und Masterstudiengängen. Das produktive Zusammenwirken unterschiedlicher Disziplinen zeigt sich insbesondere in der Forschung, in ihren vier Profilbereichen, Produktion und Logistik, Chemische Biologie und Biotechnologie, Modellbildung, Simulation und Optimierung komplexer Prozesse und Systeme und Jugend, Schul- und Bildungsforschung ist die TU Dortmund national wie international sichtbar. Der Förderatlas 2015 der Deutschen Forschungsgemeinschaft listet die TU Dortmund in fünf Fachgebieten unter den Top Ten der bundesweit forschungsstärksten Universitäten, in der Produktionstechnik, den Wirtschaftswissenschaften, der Werkstofftechnik, den Erziehungswissenschaften und in der Informatik. Insgesamt hat die TU Dortmund ihre Drittmittelausgaben in den Jahren von 2008 bis 2011 um 60 Prozent gesteigert und hält diese seitdem auf konstant hohem Niveau. Geschichte Die ersten Bemühungen in Dortmund eine Hochschule einzurichten gehen auf das Jahr 1897 zurück. Unter dem Eindruck der Industrialisierung gab es zunächst Pläne für eine technische Hochschule. Ein erster Antrag der Stadt Dortmund bei der preußischen Regierung wurde trotz kräftiger Unterstützung aus Wirtschaft und Wissenschaft 1908 abgelehnt. Auch spätere Forderungen, 1926 wieder an die preußische Regierung und ab 1945 erst an die britische Militärregierung und später an die Landesregierung Nordrhein-Westfalens, scheiterten. Erst 1960 entschloss sich diese, im Rahmen der Bildungsreform eine Universität im Ruhrgebiet zu errichten, wo für Bochum und Dortmund als Standorte in Frage kamen. 1961 erhielt Bochum den Zuschlag für die neu gegründete Ruhr-Universität Bochum, was große Empörung unter Dortmundern und heftige Proteste des Stadtrates Dortmund auslöste, weshalb die Landesregierung ein Jahr später dem Bau einer technischen Hochschule in Dortmund zustimmte. 1963 nahm ein Gründungsausschuss unter Vorsitz des späteren Rektors Martin Schmeißer seine Arbeit auf und verabschiedete zwei Jahre später einen Strukturplan. Aufgrund dessen sich die Landesregierung entschloss nun eine Universität mit Schwerpunkten in Natur- und Ingenieurwissenschaften zu gründen. Noch im selben Jahr begannen die Bauarbeiten im Stadtteil Eichlinghofen am 26. Mai 1966 fand die feierliche Grundsteinlegung durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Franz Meiers statt. Am 16. Dezember 1968 wurde in Anwesenheit von Bundespräsidenten Heinrich Lübcke die Universität durch den nordrhein-westfälischen Ministerpräsident Heinz Kühn feierlich eröffnet. Erste Lehrveranstaltungen fanden am 1. April 1969 in der Abteilung Chemie statt. Es folgen die Abteilungen Mathematik und Raumplanung, Chemietechnik und Physik, Fertigungstechnik, Informatik, Statistik und Elektrotechnik, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Am 1. Oktober 1974 nahm die Fakultät Bauwesen mit der integrierten Ausbildung von Architekten und Bauingenieuren im Dortmunder Modellbauwesen den Lehrbetrieb auf. Im April 1974 war es die Abteilung Chemietechnik, die als erste die Gebäude auf dem Campus Nord bezog. Heute befinden sich dort die meisten Fakultäten und großen Einrichtungen wie Universitätsbibliothek, Hörsaalgebäude und Mensa. Am 1. April 1980 wurde die Pädagogische Hochschule Ruhr in die Universität Dortmund integriert. Es kamen U.A. die Bereiche Erziehungswissenschaften, Rehabilitation, Gesellschaftswissenschaften, Philosophie und Theologie, Sprach- und Literaturwissenschaften, Journalistik, Musik und Sport hinzu. Seit dem 2. Mai 1984 verbindet die H-Bahn die beiden Universitätskomplexe Campus Nord und Campus Süd. Eine Verlängerung in den nahegelegenen Technologiepark wurde am 19. Dezember 2003 eröffnet. Im März 2007 wurde von den drei Universitäten Dortmund, Bochum sowie Duisburg-Essen die Universitätsallianz Ruhr gegründet. Unter dem Motto »Gemeinsam besser« bietet die Universitätsallianz RuhrwissenschaftlerInnen und Wissenschaftlern vielfältige Möglichkeiten zur Kooperation und Vernetzung. Während die Studierenden von dem großen Angebot an Bachelor- und Masterstudiengängen mit zahlreichen Spezialisierungsmöglichkeiten profitieren, mit über 110.000 Studierenden jährlich über 15.000 Absolventen, mehreren hundert Studiengängen, nahezu 1.300 Professoren, mehr als 20 gemeinsamen Projekten in Forschung, Lehre und Verwaltung sowie elf Sonderforschungsbereichen ist die Uarur zum größten und erfolgreichsten Hochschulverbund in Deutschland geworden. Am 18. Oktober 2007 hat der Senat der Universität Dortmund die Umbenennung in Technische Universität Dortmund beschlossen. Diese Umbenennung tat zum 1. November 2007 in Kraft. Im Januar 2009 hat die TU Dortmund die Programmverantwortung für einen landesweiten TV-Lernsender übernommen, der unter dem Namen NR-Vision im digitalen Kabelnetz und im Internet sendet. Am Programm beteiligen sich U.A. auch sogenannte Lehrredaktionen an anderen Universitäten und Fachhochschulen in NRW sowie Bürgergruppen, Fakultäten. Die Universität verfügt über insgesamt 16 Fakultäten, darunter sowohl naturwissenschaftlich-technische als auch human-wissenschaftlich-geisteswissenschaftliche Fakultäten, Mathematik, Physik, Chemie und chemische Biologie, Informatik, Statistik, Bio- und Chemie-Ingenieurwesen, Maschinenbau, Elektrotechnik und Informationstechnik, Raumplanung, Architektur- und Bauingenieurwesen, Wirtschafts- und Sozialwissenschaft, Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie, Rehabilitationswissenschaften, Humanwissenschaften und Theologie, Kulturwissenschaften, Kunst- und Sportwissenschaften, Gebäude der Fakultät für Physik, Blick über den Campus Nord, rechts die Gebäude der Fakultät für Bio- und Chemie-Ingenieurwesen, dahinter für Maschinenbau, Blick über den Campus Nord, rechts die Bibliothek, links das Gebäude EF 50, Heimat diverser human- und geisteswissenschaftlicher Fakultäten, Campus- und Studentenleben, Standorte. Die Universität verteilt sich über zwei Standorte, den Campus Süd und den Campus Nord. Um die Strecke zu überbrücken und einen schnellen Transit zwischen den beiden Teilstücken zu ermöglichen, wurde 1984 die erste H-Bahn-Strecke eröffnet. Im Dezember 2003 wurde ein weiterer Abschnitt der H-Bahn fertiggestellt, der die Universität mit dem Kern des Technologie-Parks verbindet. Auf dem Campus Süd befinden sich die Fakultäten Raumplanung sowie die Fakultät Architektur und Bauwesen, Teile der Fakultät Maschinenbau sowie der Universitätsverwaltung, die übrigen Fakultäten befinden sich vollständig auf dem Campus Nord. Das markanteste Gebäude auf dem Campus ist sicherlich das 10-Stock-Werke-Holgebäude der Mathematik im Allgemeinen Mathetower genannt. Auf dessen Dach befindet sich unter anderem die Sendeanlage des Campus Radios Eldoradio und seit Oktober 2010 auch das Sichtreende, beleuchtete Tourlogo. Mit Hilfe des öffentlichen Nahverkehrs ist der Campus Nord über diverse Buslinien sowie eine S-Bahn-Linie zu erreichen. In direkter Nähe sind außerdem Anschlüsse zur B1 A40 und A45. Seit 2010 gibt es außerdem den Campus Stadt, der sich auf der Hochschuletage des Dortmunder U in der Dortmunder Innenstadt befindet. Hier veranstaltet die To Dortmund regelmäßig Ausstellungen, Lesungen und Workshops. Für das leibliche Wohl der Studenten, Mitarbeiter und Besucher sorgen verschiedene gastronomische Einrichtungen. Die Hauptmensa befindet sich auf dem Campus Nord und wurde 2005 vollständig renoviert und im Innern neu gestaltet. In einem Seitenflügel befindet sich das Restaurant Kala. Auf dem Campus Süd wurde am 10. März 2014 die Mensa Süd nach Umbaumaßnahmen neu eröffnet. Neben den beiden Mensen sind auf dem Campus mehrere Cafés. Das Café Che im Chemiegebäude und das Che Que Café im Gebäude Emil Figgestraße 50 und Restaurants zu finden. Die Galerie wurde 2011 für 2,8 Millionen Euro renoviert und damit das Sitzplatzangebot von 350 auf 500 Plätze erweitert. Die gastronomischen Einrichtungen der Universität werden vom Studierendenwerk Dortmund betrieben und teilweise mit Landeszuschüssen unterstützt. Hauptartikel Die Universitätsbibliothek Dortmund deckt nicht nur den Informationsbedarf für Forschung, Lehre und Studium, sondern ist vor allem auch Lernort für die Studierenden mit ihren unterschiedlichen Lernbedürfnissen. In der Zentralbibliothek am Campus Nord und in den Bereichsbibliotheken stehen knapp 1.800 Lern- und Arbeitsplätze sowie etwa 1,7 Millionen Medien in physischer Form zur Verfügung. Zunehmend wird die Literaturversorgung auch mit elektronischen Publikationen abgedeckt. Ausleihe, Rückgabe und Gebührenzahlung sind über Selbstbedienungsgeräte während der kompletten Öffnungszeiten möglich. Das Studierendenparlament ist ein von den Studierenden der Technischen Dortmund gewähltes Parlament und das höchste Gremium der verfassten Studierendenschaft. Die Zusammensetzung des Parlaments mit zurzeit 51 Sitzen wird in jährlichen Wahlen festgelegt, wozu sich verschiedene Interessengruppen zu Listen zusammenschließen. Das Studierendenparlament beschließt über die Satzung sowie den Haushalt der Studierendenschaft. Die Mittel hierzu werden mit dem Semesterbeitrag eingezogen. Es wählt aus seiner Mitte den Allgemeine Studierendenausschuss, der die Beschlüsse des Stupa ausführt. Die Fachschaftsvertretungen kümmern sich um die fachbezogenen Probleme und Anliegen ihrer Studierenden. Jede Fachschaft sendet einen Vertreter in die Fachschaftsräte-Konferenz. Auf der FSRK werden fachschaftsübergreifende Themen besprochen und gemeinsame Aktionen geplant. Die FSRK ist auch zuständig für die Verteilung der Selbstbewirtschaftungsmittel, mit denen die Fachschaften ihre Tätigkeiten finanzieren. Der Hochschulsport der TU und FH Dortmund bietet Studierenden, Professoren, Mitarbeitern oder Alumni ein ganzjähriges Sportprogramm. Ob in einem der über 160 Sportkurse oder an den Trainingsgeräten im Campus eigenen Fitnessstudio, dem Fitnessförderwerk. Es bestehen viele verschiedene Möglichkeiten sportlich aktiv zu sein. Weiterhin werden Jahr für Jahr viele Events wie ZB, der traditionelle Campuslauf veranstaltet, an dem alle laufbegeisterten Sportler teilnehmen können. An der Technischen Universität Dortmund finden sich zahlreiche Ensembles, Chöre und Bands. Jazz, Rock und Pop gehören ebenso zum Repertoire wie klassische Werke. In den Ensembles des Instituts für Musik und Musikwissenschaft sind Studierende aller Fakultäten Mitarbeiter, sowie ehemalige der TU Dortmund vertreten. In jedem Semester stehen Auftritte und Konzerte auf dem Programm, in denen die Ergebnisse der Probenarbeit präsentiert werden. An der TU Dortmund finden sich U.A.R. folgende Gruppen. Dortmunder Universitätsorchester, Studentenorchester Dortmund, Symphonische Blasorchester, Ensemble für neue Kammermusik, Universitätschauer, Kammerchor der TU Dortmund, Gospelchor Geistreich, Big Band Groove M.B.H. Jazz und Popchor, Habba Pass, Big Band Have a Nice Day, Big Band 3, Projektomo, Musik, Forschung. An der Technischen Universität Dortmund sind mehrere DFG-Sonderforschungsbereiche, Transregios und Forschergruppen angesiedelt. In den letzten 15 Jahren konnte die TU Dortmund dabei die DFG-Bewilligungen steigern. Die Drittmittel machen derzeit rund 25% der Gesamtausgaben aus. In diversen Forschungsprojekten kooperiert die TU sehr erfolgreich mit den lokalen Fraunhofer-Instituten und dem Max-Planck-Institut für Molekulare, Physiologie. Hervor zu heben ist auch die Zusammenarbeit mit dem Technologiezentrum Dortmund. Eine Besonderheit ist die auf dem Campus Nord beheimatete Dortmunder Elektronenspeicherringanlage. Die Anlage ist eine von vier Synchrotron-Strahlenquellen in Deutschland und weltweit die einzige, die an einer Universität betrieben wird. Im Bereich Produktion und Logistik entwickeln Forscher der TU Dortmund innovative Konzepte für die Werkstoff- und Materialverarbeitung und gestalten gemeinsam mit Experten des Fraunhofer-Instituts für Materialfluss und Logistik das Management von Warenströmen und Produktionsprozessen. Der zweite Profilbereich Chemische Biologie und Biotechnologie wird von mehreren Partnern getragen. Hier kooperieren Deutschlands größte Fakultät für Bio- und Chemieingenieurwesen, das Dortmunder Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie und die Fakultät für Chemie und Chemische Biologie mit weiteren Einrichtungen. Im dritten Profilbereich Modellbildung, Simulation und Optimierung komplexer Prozesse und Systeme arbeiten Informatik, Mathematik, Statistik, Ingenieur und Wirtschaftswissenschaften gemeinsam an der Modellierung technischer Prozesse und ökonomischer Entwicklungen. Ein vierter Schwerpunkt liegt in der Jugend-, Schul- und Bildungsforschung, die viel beachtete Impulse für die nationale und internationale Bildungspolitik liefert. Profilbereiche Produktion und Logistik, Chemische Biologie und Biotechnologie, Modellbildung, Simulation und Optimierung komplexer Prozesse und Systeme, Jugend-, Schul- und Bildungsforschung, Sonderforschungsbereiche und Transregios SFB-TRR10-Integration von Umformen, Trennen und Fügen für die flexible Fertigung von leichten Tragwerkstrukturen. SFB-TRR30-Prozess integrierte Herstellung funktional gradierter Strukturen auf der Grundlage thermomechanisch gekoppelter Phänomene. SFB-TRR63 integrierte chemische Prozesse in flüssigen Mehrphasensystemen in Prod. SFB-TRR73 umformtechnische Herstellung von komplexen Funktionsbauteilen mit neben Formellementen aus Feinblechen, Blechmassivumformung. SFB-TRR142 maßgeschneiderte nicht-lineare Photonik von grundlegenden Konzepten zu funktionellen Strukturen. SFB-TRR160 Coherent Manipulation of Interacting Spin Excitations in Tailored Semiconductors. SFB-459 Formgedächtnistechnik Grundlagen Konstruktion Fertigung. SFB-642 GTP- und ATP-abhängige Membranprozesse. SFB-708 3D Surface Engineering für Werkzeugsysteme der Blechformteile Fertigung. SFB-823 Statistik nicht-linearer dynamischer Prozesse. SFB-876 Verfügbarkeit von Information durch Analyse unter Ressourcenbeschränkung. SFB-974 Kommunikation und Systemrelevanz bei Leberschädigung und Regeneration. SFB-986 maßgeschneiderte multiskalige Materialsysteme M3 Forschergruppen DFG-Forschergruppe 552 Grundlagen der Warmblechumformung von höchstfesten Vergütungsstählen. DFG-Forschergruppe 566 Veterinary Medicines & Soils Basic Research for Risk Analysis. DFG-Forschergruppe 718 Analysis & Stochastics in Complex Physical Systems. DFG-Forschergruppe 916 Swiss German Bilateral Research Unit Statistical Regularization & Qualitative Constraints Inference Algorithms, Asymptotics & Applications DFG-Forschergruppe 922 Entwicklung eines prozessbegleitenden Werkstoffmodells für das Leichtmetallstrangpressen zur durchgängigen Optimierung der Prozess Gette, DFG-Forschergruppe 1482 Quantum Computing in Isotope Kelly-Engineered Diamond, DFG-Forschergruppe 1511 Schutz- und Leitsysteme zur zuverlässigen und sicheren elektrischen Energieübertragung, DFG-Forschergruppe 1873 Quark Flavor Physics and Effective Field Theories, DFG-Forschergruppe 1979 Erforschung der Dynamik biomolekularer Systeme durch Druckmodulation, koordinierte DFG-Schwerpunktprogramme SPP 1259 Intelligente Hydrogele, SPP 1480 Modellierung, Simulation und Kompensation von thermischen Bearbeitungseinflüssen für komplexe Zersparenprozesse, SPP 1578 Financial Market Imperfections and Macro Economic Performance, DFG-Graduiertenkollegs diskrete Optimierung technischer Systeme unter Unsicherheit, Phänomene hoher Dimensionen in der Stochastik, Fluktuationen und Diskontinuität, NRW-Forschungsschule Energieeffiziente Produktion und Logistik, NRW-Fortschrittskolleg Energieeffizienz im Quartier, Clever Versorgen Umbauen Aktivieren, Land NRW-Fachdidaktische Entwicklungsforschung zu Diagnosegeleiteten Lehr- und Lernprozessen, Land NRW-CLI B2021 Graduiertenkluster für Industrielle Biotechnologie, Mercator Research Center Ruhr School of International and Intercultural Communication, Privatwirtschaft Graduate School of Logistics, An Institute, Leibniz Institut für analytische Wissenschaften, Leibniz Institut für Arbeitsforschung an der Technischen Universität Dortmund, Institut für Gerontologie an der Technischen Universität Dortmund, Deutsches Institut für Stadtbaukunst, Forschungsinstitut Technologie und Behinderung, Verbundene Institute, Fraunhofer Institut für Materialfluss und Logistik, Fraunhofer Institut für Software und Systemtechnik, Max-Planck-Institut für Molekulare Physiologie, Forschungszentrum in weit im Kemper Cleverkusen, Diversitätsmanagement, DITU Dortmund hat Diversität als eine ihrer zentralen Aufgaben definiert. Seit April 2011 forciert DITU Dortmund diesen Prozess noch stärker durch das Prorektorat Diversitätsmanagement und stellt so sicher, dass Diversitätsthemen bei Leitungsentscheidungen diskutiert und berücksichtigt werden. Unterstützt wird die Prorektorin Diversitätsmanagement von der Stabsstelle Chancengleichheit, Familie und Vielfalt. DITU Dortmund ist in zahlreichen Handlungsfeldern des universitären Diversitätsmanagements aktiv z.B. durch wesentliche wissenschaftliche Veröffentlichungen zum Diversitätsmanagement, ein Weiterbildungsstudium Managing Gender and Diversity, eine Ringvorlesung Umgang mit Verschiedenheit als gesellschaftliche Herausforderung in der Lehrerinnenbildung, die von ca. 10.000 Studierenden im Lehramt gehört und in mehreren Bänden publiziert wurde. Seit 1978 die Beratungs- und Serviceleistungen sowie Projekterfahrungen des bundesweit einmaligen Dortmunder Zentrums für Behinderung und Studium, mit Mentoring für Schülerinnen der Mittelstufe, dem Dual Carrier Service. Zur Kinderbetreuung stehen für Kleinkinder von Beschäftigten und Studierenden mehr als 120 Plätze zur Verfügung, wovon jeweils rund 60 Plätze auf die vom Studenten wertgetragene Kita 4-Jahreszeiten und die Hochschulkinder-Tagesstätte Dortmund-Hokido entfallen, die standardmäßige Integration von Barrierefreiheit in alle Baumaßnahmen. Aufgrund all dieser Maßnahmen wurde DITU Dortmund von der DFG in die Stufe 4 der forschungsorientierten Gleichstellungsstandards eingeordnet. Als erste Universität in NRW wurde DITU Dortmund Anfang Juli 2012 vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft für ihre Diversitätsstrategie auditiert. Das Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung NRW hat DITU Dortmund im Dezember 2012 ausgewählt, am Auditierungsverfahren Vielfalt gestalten in NRW teilzunehmen. Internationales An der Technischen Universität Dortmund studieren mehr als 3000 internationale Studierende aus über 100 Ländern. Die meisten von ihnen verbringen ihr gesamtes Studium an der TU Dortmund. Die Technische Universität Dortmund kooperiert mit Hochschulen in der ganzen Welt. Die Art der Zusammenarbeit ist dabei unterschiedlich. Zum einen gibt es strategische Partnerschaften, die auf Universitätssebene geschlossen werden. Die Auswahl konzentriert sich dabei auf einige wenige Partner in Nordamerika, Asien, Europa, Südamerika und Afrika. Zum anderen unterhalten einzelne Institute oder Fakultäten zahlreiche Kooperationen auf Fakultätsebene mit Universitäten weltweit. Im Rahmen des Studierendenaustausches sind die Schwerpunktländer die USA, Australien, Brasilien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko und Südafrika. Die Technische Universität Dortmund unterhält vielfältige Partnerschaften zu Universitäten in den USA. Neben Studierenden- und Wissenschaftleraustausch gibt es auch eine Vielzahl von Forschungskooperationen. Bedingt durch die hervorragenden Beziehungen zu Hochschulen in den Vereinigten Staaten und mit sehr guten Zahlen beim Studierendenaustausch hat die TU Dortmund in diesem Hinblick ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb von NRW inne. Hierbei sind besonders die Erfolge bei der Betreuung von amerikanischen Studierenden zu nennen, die gewährleisten, dass jedes Jahr etwa 40 amerikanische Studierende zum Vollstudium für ein oder zwei Semester an die TU Dortmund kommen und somit die gleiche Anzahl von Dortmunder Studierenden mit einem Studiengebührenerlass in den Vereinigten Staaten studieren kann. Der Beitritt der Technischen Universität Dortmund zum International Student-Exchange-Programm sowie bilaterale Vereinbarungen zwischen der TU Dortmund und US-amerikanischen Universitäten eröffnen Dortmunder Studierenden preisgünstige Möglichkeiten eines ein- oder zwei-semestrigen Studiums. In den Vereinigten Staaten ISEP eröffnet den Zugang zu mehr als 150 Universitäten in den Vereinigten Staaten. Die drei Auslandsbüros der Universitätsallianz Ruhr tragen die Stärken des Forschungs- und Studienstandorts Ruhrgebiet in alle Welt. Fuß gefasst haben die drei Ruhrgebietsuniversitäten mittlerweile in Nord- und Südamerika sowie in Russland. Sie haben in kurzer Zeit zahlreiche Austausch, Stipendienprogramme und wissenschaftliche Kooperationen angestoßen und leisten damit einen wertvollen Beitrag zur internationalen Ausrichtung der Region Ruhr Europäische Union Universität Piccardi-Jules-Wernes Amins Frankreich Ecole Supérieure des Commerce et d'Administration des Enterprises Amins Frankreich Institut National des Sciences Appliquies de Ruen-Mont-Saint-Eignan Frankreich Center d'Assignement et de Recherches Appliquies au Management Nizza Frankreich Universität Bordeaux et Tallenge Frankreich Liverpool John Morris University Liverpool Großbritannien University of Sheffield Sheffield Großbritannien Dublin City University Dublin Irland Università degli Studi di Pisa Pisa Italien Instituto Universitario di Architetura di Venezia Venedig Italien Charles University Prague Tschechien Technical University of Budapest Budapest Ungarn University Missgolk Missgolk Ungarn Osteuropas Avan Federal University Rosto Amdon Russische Föderation Afrika Kami Enkroma University of Science and Technology Kumasi Ghana University of Daesalam Daesalam Tanzania Asien Hoseo University Asan Südkorea Asien Hoseo University of the City 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 of the